hmm 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 Habe auch wieder eine komische Verkäuferin, die beschweren warum ich nichts mehr koven Mien jott ey Ich vielleicht daran dass ich kein geld hab Ich komme sogar hier oben wusste ich ja gar nicht so das waren alle außer die einen in der ecke so frech nichts zu kaufen ja wenn ich keine seelen habe die ich kurve kann gar nichts kurve hallo hallo steine ich höre die ganze zeit da oben drüber irgendwelche viecher hand ich doch hier sagt ich denke so was mache ich denn mit dir kollege schnöschu ich glaube ich nicht dass der hier durch gar wohl doch nicht so groß wie ich dachte anfangs ja ach so der kann auch hier hoch oder was kannst du kein erzählen bei dem geräusch ist aber das ist ja lang nicht so geil kann ich hier irgendwas noch irgendwie ach so ja ja klar natürlich gibt es noch mehr von euch ja wow der drecksack hat mich da fast runtergeschobst das ist ja ja ich hab da geiler gezogen so ist ästhetisch nur drei davon das ist jetzt also ich wette mit euch dass dieser komische dinge die versprühen giftig ist oder so und das haben wir überhaupt keinen nutzen so gefühlt heißt weiß ich nicht vor allen dingen sind wir so sehr insekten ähnliche viecher oder wie es hier muss dann auch eher nicht sein echt sein nochmal so ein dicker auch kaum alter hi erhaltungszeit aha wird dem präsenz gegen status leiden ok got it ist das kriegen bedeutet auch wieder irgendwo raten oder hier man lecker yummy so das geilste hier überall ist es nicht ich krieg wieder heilung geschenkt wenn das nur bedeuten könnte schon mal als ratten das stimmt nein ich weine gleich ohne spaß ohne spaß damit damit ok auch spannend geht auch auch hier und auch hier so wie soll denn das mit uns beiden funktionieren speziell kannst du mir mal erzählen gegen sein iu 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 oh nein mir schüttelt es ist das widerlich ist das ekelhaft ich hasse das wow okay kollege wie lange fest ich hoffe ich zu heilen aua das tut aua ist das ekelhaft das ist widerlich die fangen ja zu heulen ohne spaß you are disgusting so hekelhaft dass es weh tut wirklich eeu sowas oh oh no geht von mir weg ihr dreckigen fischer mein gott doch mal auf mit dem heilen alter verweiter er hat einfach nicht ich bin dann wie soll man gegen diese starke heilung ankommen am anfang ich krieg die kratzer alter ich habe ja noch nicht wirklich was mit nein ich habe ja noch nicht wirklich was mit gift zu tun daher würde ich sagen ich will meine waffe gleich in feuer ein und let's go diggi ist das widerlich den ganzen weg noch mal laufen den ganzen verdammten weg noch mal latschen es gibt ja nicht mal ein shortcut oder so nix gibt's den weg noch mal den selben weg oh yes baby h genau dieser weg hör mal auf mit der herz laufen so die fischers mit so lange fackeln will ich eigentlich die im nahkampf machen eigentlich nicht wo die sich genauso gut wächst dann lassen die anderen also von daher ist eigentlich egal jetzt kommt er mal ran ok das wird nächstes bezüglich platz komm ich muss so creepy sein ich bin nicht creepy ich will da durch ich habe kein bock den ganzen weg noch mal laufen müssen desto point of the whole situation queenie gar nicht so ich war wieder runter moin moin das kann bock gegen her und kämpfen zu müssen man hat noch mal ganz kurz so geht nicht so geht auch nicht weil der typ meint mit mir hier ich mich verarschen zu müssen ich weiß dass ganz unten drei waren sind wir sehr du kannst ruhig kommen hier hoch oder du irgend einer anyone 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 wants to join me ich sagst du erzähl mir jetzt nicht dass du auch nicht hier hochkommst auch kommen ich dachte ich hätte tatsächlich auch nicht ich habe ich gerade habe ich verdient zuerst dran komm jetzt ja ja supi schmobi und mäßig durch durch die gegend läuft ich dachte es mir schon krass das heißt es ist tatsächlich besser die nicht im nahe kampf zu töten sind wir den fernkampf zu gehen ich meine ich habe mir fast schon gedacht aber ja 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 bekommst du eigentlich noch und anderes außer nur die verkaufszeit nicht mal irgendwie in irgendeiner art und weise mal zu schmeißen so passiert jetzt mal so rein also auch nichts ich dachte jetzt tatsächlich ich würde da auch irgendwie vergiftet werden nein dann nicht will ich hier will ich das will ich muss ich ich muss okay okay ja lass mich haben ist komm da nicht durch wegen verschiedenen alter vater wegen verschiedenen dingen verschiedene naturen komme ich nicht durch okay kollegen ich sehe schon da wird der richtige party jede das war überhaupt nicht so gemeint aber wenn ihr die party so machen wollt dann machen wir die party so sind ein paar ja ich wollte halt durch aber das problem ist halt diese kack käferfischer an den komme ich so nicht so ganz vorbei wie ich schon gern würde wenn ich bin wo ist der dicke in der dicke nach oben die gg der hier dicke komplett weg oder was okay hat er nicht komplett verschwindet warum auch nicht hier kommt es wieder durch ja ja ich habe es mir etwas schon ich hab's ja schon gedacht kommst du du kommst und wie du kommst nein habe ich irgendwo in irgendeiner art was du schon mal wurfmesser schmeißen warte mal kurz wo haben wir denn die ist mir egal dass ich auch mal los werde okay man kaum schaden also kann ich mir auch langsam dann sollte ich jetzt in der lage sein diesem dummen blöden boss zu gehen wo ich noch nicht wirklich ahnung habe was ich tun soll aber was für regen habe ich mir untereinander okay duft wie viel war zeit okay zehn zwei ne die zwei würdchen austauschen und zwar mit den 17 hier so let's go guten tag der herr da unten wie jedes ihnen ich hoffe sie werden ein wundervolles war das fest mit der familie haben ohne so unbedingt mit großartigen so 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 Alter, Hammer auf. Wirklich. Hose an Würmern, die ich die ganze Zeit kriege, ne? Geht doch. Ekelhaftes, verficktes, ekel Vieh. Bah! Widerlich. Absolut ekelhaft. Ja, easy. Ja, mit dem Feuer, im Feuer war eine gute Idee. Das hat dem, den extra Schaden nochmal gegeben, der vorher gefehlt hat. Um ehrlich zu sein. 11.000. Nee, 11.000 macht noch nicht genug Schaden, um ehrlich zu sein. Also diese engen Gänge hier, ne? Ja, mit... Warum ist diese Welt so... Un-fucking-fassbar unglaublich disgusting. Kann mir das irgendeiner erklären? Hältst doch immer so viel mehr aus. Oh. Okay. Spuckt mich gleich von da unten irgendwas an. Wahrscheinlich schon, ja. Die Chancen dafür stehen hoch. Chancen dafür stehen sehr hoch. Ach ja, nice, ich komme ja nicht rüber. Ich muss das von der anderen Seite aktivieren. Wenn das Ganze so wie... Okay. So wie bei... Dark Souls später ist, dass dieses Gesäfte unten eh hochgiftet. Ah... Hilft aber nix. Wenn wir ehrlich sind. Äh... Die kommen wieder weg. das sieht aber halt schon so wandert von komischer dance move von dir wo muss denn hierhin ich würde mal sagen dem feuer folgen was hat die geklinge was hat die geklinge was hat die geklinge was hat die und natürlich kommt dir kackviecher alle näher durch die bank weg deren dinger sind ausgetrocknet oder warum greifen die nicht an langweilig was wir sind zu langweilig will ich wissen wo wir reden ich bin mir so unschlüssig hatte ich mich erschrocken ich habe auch nicht mehr so viel magie punkte und auch nicht mehr so viel auf tash ich denke ich kann in dem gesurf nicht rennen ich bin mir nicht sicher wie viel schaden ich dir mit dem schwert drücke um ehrlich zu sein ich meine ich kann es nur versuchen ok relativ ähnlich viel wie mit magie außer dass ich nicht vergiftet bin ok ja i got you ok 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 ok